Oh, 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 oh. Aber Rachi, Rachi, Mom, bitte erklär du es ihm doch. Junge, was ist hier los? Wo willst du denn hin? Weißt du, Mom, ich habe mein Leben lang immer auf dich gehört. Aber dieses eine Mal nicht. Deine Schwiegertochter Simran, ich habe immer zu ihr gestanden. Egal, was auch kam. Und das bedingungslos. Und was war der Dank dafür? Mama, ich habe auch Lebenserfahrung. Sid und Roshni waren doch bis über beide Ohren verliebt. Nur ein Tag! Und schon lassen sie sich wieder scheiden? Und ich kann dir gerne sagen, wer an ihrer Trennung schuld ist. Das war niemand anderes als Simran, da wette ich drauf. Moment mal, Dad! Wie redest du bitte über Mom? Und das auch noch wegen Roshni? Das reicht jetzt! Sid! Ihn solltest du fragen! Hat dich jemand zu der Scheidung gezwungen? Los, spuck's aus! Er sagt zwar nichts, aber ich sehe es doch genau. Simran hat ihn unter Druck gesetzt. Mom hat mich wirklich nicht unter Druck gesetzt, Dad. Es war meine eigene Entscheidung. Sie hatte nichts damit zu tun. Also lass Mom bitte jetzt in Ruhe. Wirklich? Ja. Also fängst du jetzt auch an zu lügen? Mich zu fassen. Du wagst es! Ratsch, bitte! Bitte, Ratsch, hör auf, ich flehe dich an. Bitte, bitte lass ihn in Ruhe. Nein! Ich hab's verdient. Geschieht mir nur recht. Mach weiter. Bleib hier! Sid! Was geschieht hier nur alles? Ich komm da nicht mehr mit. Ich komm da nicht mehr mit. Roshni, isst doch etwas. Hast du keinen Hunger? Nein, kein bisschen. Na gut. Aber wenn du nichts isst, werden wir anderen auch nichts essen. Ich liebe dich, Roshni. Roshni, ich verstehe dich gut. Das alles kam völlig unerwartet. Sicher kannst du es selber kaum glauben. Sid hat so viel für uns getan. Dann auf einmal begann er sich von uns zu entfernen. Aber Roshni, ich weiß nicht, aber ich hab irgendwie das Gefühl... Es steckt noch mehr dahinter. Oder? Das Gefühl hab ich auch. Irgendwas stimmt nicht. In den letzten zwei Tagen, da haben Sidat und ich uns so gut verstanden. Er war der Sidat. Er war einfach wieder der Sidat. Der mich einst über alles geliebt hat. Aber dieser Mann beim Scheidungsrichter, das war gar nicht wirklich er. Er war wie ein Fremder. Er war wie ausgewechselt. Wie kann denn sowas... Irgendwas ist passiert. Ich versuche ständig, ihn zu erreichen, aber er geht einfach nicht ran. Jetzt hat er sein Handy ausgeschaltet. Ich will ihn wenigstens noch einmal treffen. Was soll ich nur tun, Sidat? So kenn ich ihn gar nicht. Was tun wir nur? Wir wissen ja nicht mal, wo Sidat hingegangen ist. Es ist schon Mitternacht. Gott weiß, wo er sein könnte. Und sein Handy ist auch ausgeschaltet. Jambu? Machen Sie mir das Gästebett fertig und stellen Sie eine Flasche Wasser bereit. Rachi. Aber... Warum willst du im Gästebett schlafen? Simran. Wenn wir uns nicht verstehen, welchen Sinn macht's dann, zusammenzuleben? Warum musst du mich ständig nur quälen? Dauernd bist du so hart zu mir. Und dann noch Sid. Er ist einfach so weggegangen. Und ich weiß nicht, wo er ist. Er ist erwachsen und trifft eigene Entscheidungen. So wie du. Das in letzter Zeit auch tust. Wozu brauchst du mich denn noch? Halt mich da raus. Komm damit nicht zu mir. Jetzt hat auch er den Verstand verloren. Warum ist er so wittend auf mich? Mama, sag's mir. Hab ich irgendetwas falsch gemacht? Ich wollte doch immer nur das Beste für meine Kinder, damit sie es gut haben im Leben. Das weißt du doch. Ja, ja, ich weiß schon gut. Und was, wenn er zu seiner Frau zurück ist? Das wäre schön. Ich würde Gott im Himmel danken, wenn er wieder zurück ist. Wo ist das Telefon? Ich rufe Rajni an. Warum willst du denn jetzt Rajni einrufen? Sei still. Versuch ja nicht, mich abzuhalten. Ich ruf sie jetzt an, egal was du sagst. Hm. Ich weiß genau, was ich tue. Sid. Guten Abend, Oma. Ähm, Gott segne dich, meine Kleine. Sag mal, ist Sidat bei dir gewesen? Sein Telefon ist ausgeschaltet und ich weiß nicht, wo er ist. Oma, Sidat ist... Das kann nur Sid sein. Mach schon auf, ich komme. Sid? Hallo? Inspektor, aber was? Mama? Inspektor, was führt sie her? Meine Güte. Was will die Polizei jetzt hier? MH 01 23 89. Ist das ihr Kennzeichen? Ja, das von dem Wagen meines Sohnes. Der Wagen hatte auf einer Schnellstraße einen Unfall. Was? Was? Sid hatte einen Unfall? Oma? Hallo? Oh mein Gott. Horachi. Sprich du mit ihm. Er sagt, Sid wurde in einen Unfall verwickelt. Inspektor, sind Sie sicher? Ganz sicher. Nein, oh mein Gott. Was ist nur passiert? Sidat? 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 Bitte beschütz meinen Enkel. Bitte mach, dass ihm nichts passiert ist. Ja, Mr. Meta, bitte. Holen Sie Erkundungen ein. Und rufen Sie mich an. Rajas, hat er gesagt. Und dann nimm doch etwas. Gott weiß, was dem Jungen passiert sein kann. Mom. Mom, bitte. Du musst jetzt stark sein. Versuch positiv zu denken. Ich versuch sie auch. Sid. Mom. Sidat? Sid. Was willst du hier? Warum kommst du hierher? Du hast das Leben meines Sohnes ruiniert. Was willst du denn jetzt nach, Roshi? Schluss, Simi. Es reicht. Du musst jetzt erstmal an Sid denken, statt sie zurechtzuweisen. Papa, was ist dir da denn passiert? Geht's ihm gut? Sag's mir. Inspektor, wissen Sie jetzt genau was? Ersten Berichten zufolge hat niemand den Unfall überlebt. Nein, das kann nicht sein. Oh Gott. Wahnsinn. Inspektor. Ich muss die Unfallstelle sehen. Fahren wir hin. Wir räumen die Unfallstelle gerade. Es gibt einen Kilometer langen Rückstau. Sobald wir mehr wissen, melden wir uns sofort bei Ihnen. Bitte, lieber Gott, gib, dass ihm nichts Schlimmes passiert ist. Du musst ihn beschützen. Ich kann doch ohne ihn nicht leben. Ihm darf nichts passiert sein. Bitte. Meinen Sie das? Mein Zitat. Mein Zitat. Mein Zitat. Es ist immer wieder morals. Schlimmes davon. Kein Um. Untertitelung des ZDF, 2020 Mom? Mom? Mom! Wir haben soeben erfahren, dass eine Person den Unfall überlebt hat. Ein junger Mann, aber sein Zustand ist sehr kritisch. Er ist jetzt im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Das kann nur Sitz sein. Na los! Fahr'n wir! Sitz! Verschwinde jetzt, sonst kriegen wir Ärger. Schnell jetzt! Fahr schon! Na los! Mach schon! Sitz! 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 Du lebst! Sie tat! Wo warst du denn nun? Warum hast du nicht angerufen? Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Sie hat nicht mal angerufen! Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Wir haben... Sitz! Wo warst du die ganze Nacht? Ähm... Ich habe... Bei einem Freund übernachtet. Ähm... Sitz? Wer war das gerade in der Autorickscher? Ähm... Ähm... Das war mein Freund. Er hat... ...mich hierher gebracht. Er musste weg. Was war das denn für ein Unfall, Sie tat? Ähm... 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 Er ist sofort zu mir gekommen, um mir... Ähm... Und dann bin ich mit zu ihm und... Sorry. Vollidiot! Dummkopf! Ich will dir am liebsten eine runterhauen! Kannst du nicht Bescheid sagen, wenn du die ganze Nacht wegbleibst? Ist ja gut jetzt! Es ist nicht mehr zu ändern! Also sei still! Sitz ist wohlbehalten wieder zu Hause! Was wollen wir mehr? Hä? Lasst uns reingehen! Roshni! Du holst ihm eine warme Milch! Ich gehe jetzt wieder. Roshni! Ich bitte meinen Fahrer, dich heimzufahren. Nein, Papa. Ich komme schon klar. Nein, Papa. 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 Wo ist Roshni nur ohne ein Wort hingegangen? Ich mache mir wirklich furchtbare Sorgen um Simona. Und dieser Siddharth, er hat so vielen Menschen wehgetan. Er verdient ihre Liebe überhaupt nicht. Sag das nicht, Mom. Ich weiß, dass du böse auf Siddharth bist, aber... ...verurteile ihn nicht. Er hat dich furchtbar hintergangen, Kind. Warum stehst du trotzdem zu ihm? Wir haben uns scheiden lassen, Mom. Aber wahre Liebe kann nicht sterben. Ich weiß schon, dass unsere Familie in diesem Haus nicht mehr länger erwünscht und willkommen ist. Aber vielleicht darf eine alte Frau einen Moment hereinkommen. Ich möchte gerne mit Roshni sprechen. Ich bitte von ganzem Herzen darum. Aber Suki, bitte reden Sie doch nicht so. Sie können Roshni natürlich besuchen, wann immer Sie wollen. Ja, Oma. Du kannst jederzeit mit mir reden. Liebes. Du hast so ein gutes Herz. Ich bin hier, weil ich dir sagen wollte, Ich möchte, dass auch wenn du und Sedat geschieden seid, du doch für immer meine Enkelin und meine kleine Roshni bleibst. Liebes, dein Schweigen sagt doch, dass du nichts dagegen hast, oder? Oder? Komm mal mit mir. Was hast du jetzt vor? Du wirst doch nicht dein Leben lang nur Sid nachtrauern, oder? Na gut. Wirklich gut. Es ist gut zu wissen, weil Sid sich ohne dich einsam fühlt. Und du? Dir fehlt er doch genauso. Mir machst du nichts vor. Warum? Was ist da ständig nur los mit euch beiden? Was soll das alles? Weißt du, Oma, Sidat ist unglücklich. Und er hat seine Entscheidung getroffen. Ich hab so oft versucht, mit ihm zu reden, aber aber ich kam einfach nicht mehr an ihn ran. Er ist so anders. Hast du heute bemerkt, dass er kein Wort mit mir gesprochen hat? Und ich hab ihn nur angeschrien. Vielleicht 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 empfindet er ja wirklich nichts mehr für mich. Es ist an der Zeit, dass wir das endgültig klären. Nur wie denn, Oma? Liebes, ich habe eine Idee, die vielleicht funktioniert. Aber ich muss wissen, was du dir wünschst. und ob du mir zur Seite stehst. Kann ich mich auf dich verlassen? Sag schon was. Nun, wirst du mir helfen? Ja, ich helfe dir, Oma. Und ich setze alles daran, dass ich meinen Sidat wiederbekomme. Ich würde wirklich alles für ihn tun, Oma. Ausnahmslos. Sehr gut. Dann musst du mir jetzt gut zuhören. Genau. Schade zuhören,